In unserer laserorientierten Praxis machen wir sogar die Kariesdiagnostik, zum Teil mit dem Laser. Mit dem Diagnopenn untersuchen wir vor allem bei den Kindern Zehen auf Karies. Durch das rote Laserlicht können wir wie mit einem Ultraschall in der Zahn hineinleuchten und erhalten einen Zahlenwert, der uns Aufschluss gibt, ob bereits ein Karies am Beginn ist oder nicht. Auf diese Art und Weise kann Karies sehr früh erkannt und auch behandelt werden.